Das klingt gerade so wunderschön. Ich dachte, für einen kurzen Moment, du bist Enrique Gläser. Nice. Wir sind Pro-Lords. Pro-Lords von hinten. So, dann testen wir den mal. Mal schauen, wie der ist. Ja gut, denke ich mal. Nee. Ja, klar, warum nicht. Ja, was? Alles gut. Ja, was? Wie gesagt, wenn du den ignorierst, hat er irgendwann auch. Nein, tue ich nicht. Heldschirm. Er ist nicht begeistert von meiner Schroplinte. Ich glaube, die ist Schroch, die Flinte. Okay. Warum hat eigentlich unser komisches Shade hier nicht gewonshottet? Was soll das? Hm? Was soll das? Du bist ja damit beschäftigt, Selbstgespräche zu führen. Ja, genau. Ich habe jetzt übrigens einen neuen Follower-Sound drin. Ich habe dich schon gefoltert, deswegen. Deswegen wirst du es leider nicht rausfinden. Oh. Hä? Stefan, erklärst du uns bitte, was gerade passiert ist? Äh, massive Verwirrung. Oh, okay. Irgendwas ist abgeschmiert. Anscheinend. Jetzt haben wir die Bot-Dingste bei Karelian. Das ist doch natürlich ein Unterschied zu dem, was vorher da war, was? Wow. Er kann sich nicht wehren, wenn er nicht da ist. Nee, was war denn da jetzt los denn? Was denn? Wo? Mit dem Stefan? Dann müssen wir jetzt den Random kicken, der an der gleich reinkommt. Der Arme. Ja, keine Ahnung, was passiert? Er hat wahrscheinlich halt echt irgendwas abgeschmiert. Das hört sich an wie auf dem türkischen Bazaar hier. Ist das dein Ernst? Kannst du bitte damit aufhören? Okay. Haben wir gerade beide eine Bombe reingebrochen? Ja. Alter, die haben gerade einfach nur gelitten. Die haben hart gelitten. Also immer wenn du die so random pullst, dann leiden die. Von da unten. Irgendwo da. Nee, da ist ein Chaos. Was willst du jetzt mit dem? Lauf dir doch nicht hinterher. Jetzt bin ich mit dir runtergesprungen und kann das Tauben nicht mehr holen. Da ist er. Jetzt haben wir das Tauben aber nicht. Ja, wir können doch wieder hoch. Nee, können wir nicht. Nee, können wir nicht. Warum seid ihr denn runtergesprungen? Ja, weil du gesagt hast da und dann bin ich dir gefolgt und dann sind alle gefolgt. Das ist halt einfach nur dumm. Oh, jetzt erstmal einen Moment. Hallo. Was ist passiert? Äh, Schildo hat sich runtergefahren. Weil so eine Weibung ist aber krass. Okay. Oh geil, ich kann nicht schießen. Ich kann jetzt nicht mal das Grimm holen, weil ich keine Muni habe. Ich bin einfach 10 von 10 scheiße. Das ist ja nirgendwo Muni-Doch da. Ich kann es doch anzünden. Wieso ist das noch nicht angezündet? Was denn überhaupt? Alter, das machst ich. Das reicht mir nicht. Da muss ein Fass hin. Wo ist denn das Fass? Nee, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Wo ist denn das Fass? Ich bin auch fertig. Achso. Ich habe es angezündet. Das passt hier. Da übrigens ist da Muni, ne? Ich weiß gar nicht, warum du keine Muni hast. Ja, deswegen habe ich jetzt wieder welche gehabt. Achso. Unglaublich. Ach, will ich. Ja. Von links kommt die. Ja. Wurde mal. Ich glaube, Neclox findet uns nicht cool genug. Irgendwie alle, die mit N anfangen und mit X aufhören, sind komisch. Also einfach mal. Komm, wir laufen jetzt einfach mal. Ich habe euch genug. Das ist Veteran, Junge. Ja, können wir einfach. Gut, dass ich zumindest in Steam gar nicht so anfange, ne? War es zum Spiel, Neclox? Nein. Doch. Nein. Okay, es ist noch schlimmer. Du fängst mit einem X an. Stimmt. X, X Player Killer und Slubfucker. Also ich habe hier einen bösen Freund bei mir. Ich auch. Oder ist der bei euch die Brot? Unter anderem. Was heißt unter anderem? Wo ist er denn jetzt? Was denn? Also wer spielt denn Shade mit Glaves? Also bitte. Äh. Christopher Reeves. Ne. Da bin ich mir sicher, dass der das nicht tut. Wieso? Wurde, kennst du den persönlich? Ne. Wieso? Sagst du das dann? Wo ist denn das Monster jetzt? Ich weiß nicht, wovon du redest. Habt ihr schon getötet? Ne. Was denn? Den Boss. Ach, da oben ist er doch. Junge. Was denn? Du wirst gleich so hart in die Fresse kriegen, wenn du da hochläufst. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Könntest du dich bitte verständlicher ausdrücken? Der eine hat schon, der Ding, der GG Altan oder wie er heißt, der scheißt sich schon hart ein. Der GG Dumpo. Der hört nämlich die ganz, der hört die ganze Zeit schon den, den Boss und scheißt sich ein. Meinst du? Mhm. Das ist alles Neuland für ihn. Boah, der kommt jetzt hier gleich unten rein, ich sag's dir. Oh, kann mich nicht heilen, stimmt ja. Hier ist ultra viel zum Heilen hier unten. Oh, da ist er. Ja, das ist lustig. Ja. Unten ist sauviel zum heilen Also wenn die jetzt keiner will, dann können wir auch so weitergehen Aber ich fände es halt gut mit dem wenigen Leben Hier langsam Vor allem von der Shade, die jetzt wahrscheinlich gleich stirbt Ist da so viel zum heilen, dass ich mir auch was krallen kann, oder? Zwei, also zwei Sachen sind da Sollen lieber die nehmen, oder? Die wollen ja anscheinend, ich nimm's einfach Ich nehme mal das Ding mit zum Verbinden Wir spielen halt doch Veteran Vorhin hieß es noch, das ist nur Veteran Jetzt ist es doch Veteran Das Problem ist, ja doch Veteran, weil es halt einfach die Teammates dann halt auch sind Achso meinst du Dann verbind mich, komm Wow Ja, da kommt da eh gleich nochmal was zum heilen Ich verbind dich einfach Nee, dann lass uns wieder liegen Ich schnapp mir das Grim einfach, ehrlich gesagt Wenn der das jetzt nicht beim ersten Mal schafft Ah, das letzte Mal hab ich's beim ersten Mal geschafft Okay, ich hätt's wieder beim ersten Mal geschafft, aber Er hat's schon Der Annaldestroyer95 hat's geschafft Verbind mich mal Alter, was ist mit diesem Assassinen, ey Nicht, die ist runtergesprungen Do it Gibt's noch was zum Verbinden? Ja, jetzt gibt's nix mehr, weil es Der hat die Beine gespreizt Rennst du gleich mal zu einem Fass nach unten? Ja, mach ich Dann aktivier ich das Karten, rennt zum anderen Dann haben wir schon mal zwei Und ich aktiviere meine Fallenkarte Ja Ich aktivier meine Zauberkarte Was macht die? Sterbender Regen heißt sie Was macht die? Keine Ahnung Mehr als den Namen krieg ich auf die Schnelle nicht hin Es tut mir leid Du hättest wenigstens sagen können Regen, der stirbt Oder so Ja, das wäre ein bisschen traurig Findest du nicht? Findest du? Danke Karillion, come on jetzt Karillion müde Karillion muss schlafen Ja, genau so Also Was ist denn das? Holy shit, ey My loneliness Is killing me Also Veteran ist ja mittlerweile dermaßen lächerlich Das ist nicht in Worte zu fassen Ich meine, ich habe fucking no idea what the fuck I'm doing Was war mit deiner Kugel los? Ich, keine Ahnung Aber nett, oder? Ja Bisschen Hey, you Holst du das Turm? Patrouille Patrouille Okay Ich hole sie Also nochmal, holst du das Turm? Ja Weil ich glaube, die wissen nicht mal, was ein Turm ist Wie war das? Man muss hier außen rumspringen, ne? Nicht geschafft Nicht geschafft Dann bleib unten Ich mach die auf Okay Pass auf Ja Äh, der Victor Salzbrand ist dort hier Ja, ich habe ja noch so ein Biggie Biggie-McNuggets Ich bin da, Brudi Ich bin da Hat der? Weil ich töte jetzt den Victor Versorgung Der hat den Turm, ne? Töte ihn Das kannst du doch nicht Hast du doch damit War das lustig? Ja, war lustig Okay, gut Sie hätten so gelacht Ich auch Ha Ich aktiviere jetzt nochmal meine Ulti Jumma Jumma Säge Hoi Das war fucking amazing, man Okay Mann, war das schwer Ja, das ist Ich bin Ich bin so völlig aus der Puste Oh, und TZN ist nicht Stufe 25 geworden Das finde ich ganz scheiße Ich wollte eigentlich nur eine Runde spielen Und dann wieder gehen? Ne Aber dann sollst du 25 sein Dann hätte ich jemand anders spielen können Aber jetzt ist sie noch nicht 25 geworden Ne, dann musst du jetzt noch eine Runde spielen Dann ist sie dann 25 Um eine Fingernagelsbreite Hm? Hm Um eine Asiaten-Penislinge Yes Okay Bitte sag sowas nicht Doch man, ich muss sowas sagen Geil Mit dem dritten Tau, was wir liegen haben lassen Wäre es jetzt eine Imperators bei mir Hm Ach, die Kiste ist mir sowieso Wurde, dass es nur Dreck drin Ja Da isch nix drin, was ich brauchen könnte Also du, die Vengeance war du